Musik Remax aus Buchholz in der Nordheide präsentiert Ein modernes Reihenhaus für die junge Familie. 1967 in einer ruhigen Siedlung erbaut und 1999 mit viel Liebe zum Detail komplett modernisiert. Dieses Objekt bietet auf seinen 110 Quadratmetern Wohnfläche eine hochwertige Ausstattung, die keine Wünsche offen lässt. Musik Im Obergeschoss des Hauses befinden sich ein helles, geräumiges Badezimmer. Sowie drei gemütliche Schlafräume. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Exposé. Musik 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 Musik